hallo und herzlich willkommen zur allerersten folge von pubg wir haben ja letzten paar stunden schon in pubg verbracht mal gucken wie viele es sind acht stunden haben insgesamt in den letzten zwei wochen und insgesamt auch acht stunden davon haben wir ja letztens ein live stream gemacht also gestern also wenn ihr diese folge sieht ich habe meinen upload plan kommt im moment gut dass ich jetzt hier alleine bin in einem duomatch wunderschönen ist jetzt neu jetzt vielleicht nicht aber auch ich werde jetzt regelmäßig also alle zwei tage kommen wenn ich wenn ich meine zeit finde ich habe mir ich habe schon ein bisschen erfahrung ich habe nicht viel aber ist ok bla 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 Wir haben ein bisschen Erfahrung schon. Nicht wirklich besonders viel, aber... Bei mir wollen welche landen, also ich denke mal das ist ein Duo, was kacke ist. Landen auf dem Dach. Ja, wow. Ja, wow. Erstmal nichts. Tommy gun. Alles klar. Jetzt ist es euer besonderes. Zettel? Schnapp. Schnapp. ihreätze, schnapp. Schnapp. Schnapp! 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 Bis in der Fahrung. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Okay Man hat genug Schuss Die Bombenzone ist scheiße 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 Hallo? Okay, bei den meisten war schon einer gewesen. Es ist aber auch nicht viel besser, was man hier kriegt oder findet. Das bringt mir nichts. Ich muss jetzt eigentlich schon lange los. Ja, ich muss los. Ich habe kein Auto. Es ist echt schwarz, dass wir es überhaupt hinschaffen. Ohne. Auto. Oder Motorrad. Oder irgendwas, was fährt. Ich denke, dass hier alles schon weg ist. Das ist auch schon alles weg. Ich würde aber hier auch gar nicht bleiben. Wer bleibt denn hier? Wer ist denn so dumm? Ich hatte ja mehrmals jetzt die Endzone. Das ist beim Flugfeld, das wir sehen. Ich weiß nicht. Es ist schwierig alleine gegen ein zweier Team. Ich hatte letztens einer gegen Vierer. Also ich ging ein Vierer. Mann sofort. Ich zeige dir, ich bin äußt. Du bist gut. Ach, dass du nicht also wirst. Erst das war, wenn du nicht so gut, dass du nicht vorst. But ich muss es auf jeden Fall, du bist so gut, dass du nicht zu vieltıralt. Du kannst dich nicht überhören, Du bist so gut. ja jetzt wie gesagt nicht anders ich hasse es was haben wir ihn hin wir müssen uns ja erstmal aufheilen wir können uns ja nicht komplett aufheilen weißt du sagt wir haben nichts wir werden sich mal verpissen wisst euch hier ok die schießen aufs auto ich kann hier hundertprozentig sagen dass wir aus das auto schießen das ist leider jetzt schon neben aber hat eigentlich in ordnung sein ne ump habe ich nicht mehr wollte ich aber auch nicht haben weil ump tauscht lieber gegen m16 aus und sicherer also weil die ump er die mini 14 aber ohne muni reichwarte kacke also wie gesagt am endkampf bringt sie mir vielleicht was ne aber man kommt man da eben halt erstmal hin und wir müssen direkt wieder los sehr weit müssen wir laufen nein müssen weit laufen müssen weit laufen und haben eben halt jetzt auch nicht perfekt gehabt ap anzahl und autos jetzt kriegt man keine autos mehr leider glaube ich zumindestens ich kann es nie sagen aber pubg ja nein hm lassen wir mal also hier mal zum gucken wie gesagt ich habe eigentlich nicht alleine gehabt ich habe im duo gespielt aber ja pubg hat mir gesagt ne gebe ich dir nicht ich gebe dir keinen partner ja und dann haben sie mir eben halt auch keinen partner gegeben das kacke ist wenn ich im duo bin brauche ich ja brauche ich ja sozusagen ja jemanden ich habe noch nie mal was ich habe nur waffen ich habe nichts erste hilfe aber ich habe gar nichts das ist wieder so krepp äh krepp crack ich sehe eigentlich voller quirk nee lauf einfach weiter wenn wir kein auto haben ich ist alles am arsch und die zoni zieht echt schnell jetzt ab und ich muss direkt weiter ich schaff's nicht mehr oder oder schaffen wir ist junge lauf um dein verficktes leben wow das hätte ich nicht gedacht aber team rang 15 gab überhaupt gar kein team rang wenn ich ehrlich bin aber wir sind in die top 30 gekommen mindestens das und wir haben aber er wird über die sagen wir sehen uns dann in der nächsten folge von pub ich hoffe dass diesmal jemand bei uns chao chao